Super bringt mir jetzt leider auch nicht wirklich was, außer die Tatsache vielleicht, dass meine Einheiten die nächste Runde garantieren überleben. Das wäre aber auch schon das Einzige. Das ist jetzt eigentlich eine gute Option. Wozu spielen wir denn mit Colin? Natürlich wegen dem Geld. Wir brauchen ein Battleship. Ach, der kann Gedanken lesen, oder? Ich brauche einen neuen Medium Tank. Wir hatten eine super Co-Power. Ich brauche aber eigentlich gerade nur eine Co-Power. Das ist alles, was ich jetzt gerade brauche. Denn damit kommt für diese Infantrie ein Heldes an die Rakete ran. Ja, das ist jetzt eine gute Idee. Bist du winde? Es ist jetzt eine große Bense, die wir hören müssen. Danke. Daaat! Das war das Bense, diese Bense... Nichts, nur die Bense. Ich brauche dafür also nie. Da muss mit dir vielleicht. Da muss ich nur jetzt eine Abenteuerung aus. Aber ich glaube, die Bense, der Bense, die Bense, der Bense, die Bense, die Bense, die Bense... anche die Bense, die Bense, die Bensee, die Bensee... So, dann fahren wir hier langsam auch mal schwere Geschütze auf Die grüne Seite ist gesichert Die kann sich jetzt darum kümmern, dass die Expansion hier gelingt Das kann man jetzt mit Igel machen So, jetzt fehlen nur noch die zwei von Colin Dann haben wir alle Das Ding hat keine Muni mehr, ne? Das heißt, das Ding ist jetzt eigentlich nur für Infanterieinheiten gefährlich Wir brauchen mehr Panzer für Kanbei Die rote Seite ist ja jetzt auch gesichert Ich habe nur meine Sorgen, dass ich nicht mehr rechtzeitig mit den Infanterieinheiten unten bei dem Den blauen Raketen bin, bevor die was abschieben Bevor der Onyx abfeuert Ich hasse diese Idioten Da baut man sich schönen Schlachtschiff und der Bukatz ein Ich habe einen sehr gut vor 다음에 Ich habe einen sehr gutter Sch�fan hier Ich habe einen sehr gutter Sch�fan hier Und die kann man sich zum Beispiel Man ist die Sch�fan hier Sie haben dann auch die Sch�fan hier Und das ist die Sch�fan hier So, dann haben wir das. So, dann haben wir das. So, der Neotank kann mir jetzt zum Glück nichts tun. Okay, das ist vielleicht noch nicht unbedingt die beste Idee. Aber egal. Die Idee scheint trotzdem zu funktionieren. Die Idee scheint trotzdem zu funktionieren. Die Idee scheint trotzdem zu funktionieren. Der hat noch eine Munition und zwölf Benzin. Das heißt, der kommt auf jeden Fall nicht mehr weg. Dann bin ich das Problem zumindest schon mal los. Verdammt. Da hab ich jetzt nicht drauf geschaut, dass der schon wieder in Reichweite steht. Hmm. Machen wir mal wieder ein bisschen Aufräumarbeiten. Okay, so we're gonna have to go. Das war's für heute. Rote Zone ist jetzt auch wieder feindfrei. Rote Zone ist gut. So, das Ding ist wehrlos. Und stürzt bald ab. So, das muss ich sagen, dass ich mich immer wiederum bin. Die haben schon wieder einen Attacker auf dem Scheiße. Ich weiß schon, warum ich dieses Level nicht mag. Oh, können die das jetzt noch gewinnen? Wenn ich das richtig sehe, können sie das. Ich glaube, das muss ich neu starten. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt nicht noch gewinnen. Ich hab mich noch nicht in die Richtung. Ich hab mich noch nicht in die Richtung. Ich kriege da keine Einheiten mehr rechtzeitig runter und die Infantrieren hätte dann zu hin und auf dieses Silo zu kommen. Wisst ihr was? Ich glaube, das gebe ich mal ganz kurz auf und mache es nochmal. Achso. Stimmt, ja. Wenn ich hier einfach nur aufgebe, dann gebe ich nur mit der Armee auf. Moment. Das müssen wir doch anders machen. Das müssen wir auf Exit-Map machen. Kommen wir zwar nochmal kurz ins Start-Menü, aber egal. Wir haben ja hier... Ich hoffe, dass das Setup noch passt. Nein, das darf ich jetzt alles nochmal einstellen. Na super. Na gut, ich weiß ja wenigstens, wie es war. Dann haben wir hier Kanbei und... Sonja, Sonja, Sonja. Allerdings vertausche ich die beiden diesmal. Skills... Da-da-da-da-dum. Hier haben wir auch ein paar schöne Skills drin gehabt. Hier brauchen wir auch noch Colin und... Sascha... Sascha, 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 Sascha... ...sascha... ...sascha, Sascha... ...sascha... Wobei ich glaube, ich gebe Conan auch noch den Base Repair, statt dem extra Angriff, kann er hier eventuell brauchen. Und hier hatten wir Eagle und Sammy, wobei wir die beiden vertauschen müssen. Ähm, Stubber, Sale Price, da das nicht passt. Hier brauchen wir noch Sale Price, da das nicht passt. Start, die Neue, yes.